Luftherrschaft Zwischen 1939 und 1945 bekämpften sich die am Zweiten Weltkrieg beteiligten Nationen in den Lufträumen über Europa und dem Pazifischen Ozean in einem tödlichen Wettkampf. Es ging um die Eroberung der Luftherrschaft. Nur wer sie inne hatte, konnte auf den Sieg hoffen. 13. August 1940. Das deutsche Oberkommando nannte diesen Termin Adlertag. Es war der Beginn der Luftkriegsoffensive gegen England. Der taktische Auftrag der Luftwaffe lautete, die britischen Jäger auf ihren Flugplätzen überraschend anzugreifen und möglichst am Boden zu zerstören. 14. Des Weiteren sollten Radar- und Industrieanlagen bekämpft werden. Die Me 109 sollte dabei die britischen Hurricane und Spitfire in Luftkämpfe verwickeln und so den Weg für die Bomber- und Stuckersfreiheit. Bei Luftkämpfen in großer Höhe setzten häufig die Vergasemotoren der Spitfire und Hurricane aus. Die Einspritzmotoren der Me 109 hingegen nicht. Dies bescherte den deutschen Jägern einen enormen Vorteil. In den meisten Luftkämpfen blieben sie deshalb Sieger. In den ersten Wochen des Krieges überrannten die japanischen Streitkräfte alles, was sich ihnen in den Weg stellte. Ihre Armeen waren kampferprobt, ihre Flotte stark und ihre Luftwaffe hatte ein exzellentes Jagdflugzeug. Den legendären Mitsubishi A6M, auch Zero-Jäger genannt. 5-Jäger genannt. Vielen Dank.